Willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Johannes Lutz von 3D-Industrie und wir helfen 3D-Druck-Dienstleistern und Herstellern, mehr qualifizierte Anfragen zu gewinnen, vor allem in der jetzigen Zeit, ohne Ihren Kunden ständig davon überzeugen zu müssen, dass 3D-Druck wirklich funktioniert. Und die nachfolgenden Sekunden können ganz interessant für Sie sein, wenn Sie auch diese Probleme haben und dort sind Sie bestimmt nicht alleine auf dem Markt. Denn das Volumen an 3D-gedruckten Teilen hat im Moment abgenommen. Man sieht ganz klar, Anfragen, die reinkommen, haben nicht mehr diese Größe, die sonst überhaupt reingekommen sind. Wenn man es genau sagt, sind es so diese 30, 40 Euro Aufträge oder Anfragen, die immer wieder reinkommen für ein 3D-gedrucktes Teil. Und auf dem Markt gibt es eine riesen Kapazität an Bauraum für 3D-gedruckte Dienstleistung, aber viele haben das Potenzial noch nicht erkannt. Jetzt ist es aber nicht so, dass Ihr Kunde das Potenzial erkennen muss, sondern jetzt muss wieder verkauft werden. Jetzt muss dem Kunden wieder geholfen werden, in dem Falle 3D-gedruckte Teile einzusetzen, sozusagen 3D-gedruckte Lösungen. Und wenn Sie dort eine Strategie suchen, wie Sie an gute, qualifizierte Anfragen kommen, wie Sie vielleicht auch herausfinden, dass hinter einer sozusagen 30-Euro-Anfrage deutlich mehr steckt, dann sollten Sie bei uns ins kostenfreie Erstgespräch kommen und wir finden gemeinsam heraus, ob wir zusammenarbeiten können, indem wir erst mal schauen, ob und wie wir Ihnen in Ihrer Nische, wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind, überhaupt helfen können. In diesem Sinne können Sie ganz einfach auf www.3dindustrie.de gehen und dort finden Sie alle weiteren Informationen, was wir machen und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns in dem kostenlosen Erstgespräch auch dann treffen. Bis dahin! Dirk